Was ist das Übernatürliche? Angenommen, man könnte beweisen, dass das Übernatürliche nur eine Manifestation von Fähigkeiten darstellt, die im Geist bereits vorhanden sind. Und wer eine einzige Seele rettet, rettet die ganze Welt. Nach welchen Geschichten halten Sie Ausschau? Sind Sie gläubig, Brian? Ich weiß noch nicht genau, woran ich glauben soll. Und das ist kein Job für Angsthasen. Darf ich dir jetzt unser Experiment vorstellen? Was hat sie eigentlich? Selbstmord gefährdet. Sie hat keine Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Eine Weile konnte sie immer bei den Familien bleiben, nur irgendwann sind dann gewisse Dinge passiert. Nicht in ihre Augen sehen. Auf keinen Fall mit ihr reden. Sie steht eine Gefahr dar. Dass sie von irgendwoher irgendwelche Schwingungen... Aber du bist nicht allein. Etwas ist bei dir nicht wahr, Jane. Was ist es? Ich bin zu nichts gut. Ich will tot sein. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das hier schaffe. Der Schock wird daher, dass du dir nicht erklären kannst, was du gesehen hast. Für das, was ihr bevorsteht, braucht sie deine Unterstützung. Für das, was ihr habt.